Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung von RhinoShield entstanden. In diesem Video unboxen wir zusammen das iPhone SE 2020 und ich zeige euch meine Empfehlung, was ihr als erstes einstellen solltet, wenn ihr euer neues iPhone in die Hand nehmt. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Wenn man es das erste Mal wieder in der Hand hält, das ist ja wirklich Ewigkeiten her, seit ich zum Beispiel diese Größe in der Hand hatte. Ihr seht hier iPhone 11 Pro Max. Vorher hatte ich, also das letzte Mal ein kleines iPhone hatte ich glaube ich mit dem iPhone 6. Danach hatte ich nie wieder so ein kleines iPhone in der Hand. Und, also zumindest als mein eigenes. Wenn man hier auf die schwarze Vorderseite guckt, dann hat man immer noch die Hoffnung, wenn man jetzt drauf drückt, dass dann ein Fullscreen Display erscheint. Das ist aber leider nicht so. Allerdings muss ich sagen, bei dieser Variation finde ich den Look ganz schön von weiß auf schwarz. Man hat einen silbernen Rand, Aluminiumrand. Und das einzige natürlich 4,7 Zoll Display ist natürlich sehr, sehr klein. Da muss man schon sehr genau hinschauen. Zum Vorgänger hat sich natürlich auch nicht allzu viel geändert. Also Vorderseite können wir eigentlich komplett skippen. Rückseite sehen wir, hat Apple dem aktuellen Line-Up angepasst. Der Apfel sitzt in der Mitte, zeigt einem, wo man Wireless Charging machen kann. Ansonsten sieht die Rückseite, finde ich, sehr edel, sehr aufgeräumt auf. Wie das bei den anderen iPhones auch der Fall ist. Gewicht ist auf jeden Fall auch ein krasser Unterschied. Neben der Größe, der mich hier auf jeden Fall erstmal umhaut. Weil das ist man natürlich nicht mehr gewohnt, wenn man so ein riesen iPhone die ganze Zeit im Einsatz hat. Beim iPhone SE 2020 hat sich innerlich und äußerlich nicht allzu viel verändert. Das konnte man ja jetzt auch schon sehen. Es wurde schon auseinandergenommen. Aber was es mit diesem Gerät, mit dem iPhone 11 Pro gemeinsam hat, ist der Prozessor. Beide haben einen A13-Chip-Prozessor. Und es wird oft vergessen, was ein Prozessor ausmacht. Da geht es nicht nur um Exportgeschwindigkeiten oder wie schnell etwas hochfährt. Sondern der Prozessor ist für sehr viele Dinge zuständig. Unter anderem, wenn ihr beispielsweise mit der Kamera ein Porträtfoto macht, dann wird dieser Porträtmodus automatisch simuliert. Das heißt, der A13-Chip ist für das iPhone SE auf jeden Fall eine Riesengeschichte, die auf sehr viele Bereiche Einfluss hat. Und zwar positiven Einfluss hat. Was ich persönlich beim iPhone SE 2020 neben dem Prozessor-Upgrade sehr, sehr gut finde, ist zum einen, dass es kabellos aufladbar ist, dass es wasserdicht ist und dass man eine E-SIM einsetzen kann. Natürlich wichtig, wie bei fast allen iPhones, ist das Ganze in irgendeiner Weise zu sichern, wie ich das auch hier beim iPhone 11 Pro gemacht habe, mit einem Case von ReinoShield. Und das würde ich sagen, legen wir jetzt mal ganz entspannt an, beziehungsweise machen uns auch eine Folie drauf, weil ihr wisst alle, wie es läuft. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Einrichtung, beziehungsweise ich zeige euch, welche Einstellungen ich empfehlen würde, wenn ihr euer neues iPhone bekommt, welche man überprüfen soll und welche Einrichtungen man vornehmen sollte, damit man sein iPhone vollumfänglich nutzen kann. Normalerweise geht es bei mir mit den Folien immer schief, aber diesmal habe ich es tatsächlich hinbekommen. Wahrscheinlich einfach, weil der Bildschirm so klein ist. Jetzt machen wir noch ein Case drauf, beziehungsweise ich habe mich hier für den Bumper entschieden. Wer meinen Kanal länger verfolgt, der weiß, dass ich absoluter Fan von ReinoShield bin. Es gibt ja auch die Joker Cases von ReinoShield in verschiedensten Varianten. Könnt ihr auf jeden Fall auschecken. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung. Hier würde ich jetzt erstmal einen Bumper verwenden, weil ich persönlich mag die Rückseite vom iPhone SE in der Form schwarz-weiß wirklich sehr, sehr gerne. Das heißt, die würde ich gerne auch noch ein bisschen angucken. Und deswegen machen wir einfach diesen Bumper. Ich kann euch nur sagen, aus eigener Erfahrung ist es sehr schwer anzubringen, wie ihr jetzt hier gerade auch seht. So, ich würde sagen, das ist ein freshes Setup von einem sehr kleinen, sehr leichten und vielleicht nicht unbedingt aktuellen iPhone. Aber dazu komme ich am Ende des Videos, wo ich euch ein bisschen sagen werde, was ich von diesem iPhone SE halte. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Einrichtung bzw. die Einstellungen, die ihr auf jeden Fall bei eurem iPhone überprüfen solltet. Während die Apps hier noch runterladen, gehen wir mal in die Einstellungen und Bedienungshilfen und achtet hier einmal darauf, dass die Home-Taste auf Standard-Klickgeschwindigkeit steht. Das dauert ansonsten viel zu lange. Dann solltet ihr natürlich auch als erstes eure eSIM verknüpfen und zwar hier unter Mobiles Netz. Dort könnt ihr entsprechend eure eSIM hinterlegen. Das müsst ihr mit eurem Provider natürlich klar machen. Die nächste wichtige Einstellung finden wir dann unter Anzeige und Helligkeit und zwar den Dark Mode. Den würde ich erstmal automatisiert einstellen, dass der tagsüber hell ist, abends dunkel, je nachdem was eure Präferenz ist. Und die Optionen hier einmal durchgehen, Sonnenuntergang und Aufgang, soll das umgestellt werden? Oder habt ihr eventuell sogar einen eigenen Zeitplan, wann das umgestellt werden soll? Dark Mode hat natürlich einen großen Einfluss auch auf die Batterie und die wissen wir im Moment beim iPhone SE noch nicht, wie viel die tatsächlich aushält. Ich persönlich mag True Tone überhaupt nicht, weil das immer so ein warmes Licht reinbringt und verfälscht ein bisschen die Fotos, die man macht. Deswegen schalte ich das in der Regel aus. Das müsst ihr aber auch selber entscheiden, was für euch dort wichtig ist. Ganz wichtiger Punkt hier, automatische Sperre. Ich stelle die immer so hoch wie möglich, weil wenn ihr beispielsweise einen Artikel lest oder irgendwo auf einer Seite seid und lest euch was in Ruhe durch und ihr habt nur 30 Sekunden oder eine Minute eingestellt, dann wird entsprechend gesperrt und ihr müsst euch wieder einloggen. Das ist immer super nervig. Meistens habe ich fünf Minuten oder nie, weil ich drücke immer selber an der Seite auf den Power Button, um das Telefon wieder zu sperren und Batterie zu sparen. Dann kommt auch noch ein wichtiger Punkt darunter, den wir uns anschauen sollten und das ist beim Anheben aktivieren. Soll das wirklich an sein, dass wenn ihr das Telefon hochnehmt, dass der Bildschirm immer aktiviert wird oder macht ihr das tatsächlich selber? Das müsst ihr auch entscheiden, was für euch dort wichtiger ist. Ich lasse es erstmal an, aber das ist auf jeden Fall eine Funktion, die ihr auch auslassen könnt, weil die nicht wirklich gebraucht wird permanent. Dann solltet ihr unter Touch ID und Code, ja nicht Face ID und Code, sondern Touch ID und Code reingehen und ich kann euch nur empfehlen, hier alles zu aktivieren, dass ihr automatisch Passwörter ausfüllen lassen könnt, dass ihr mit Apple Pay per Touch ID bezahlen könnt. Das macht auf jeden Fall Sinn und hilft in vielen Bereichen. Was wir auch natürlich wollen, ist, dass unter Einstellungen Batterie der Batteriezustand so gut wie möglich bleibt. Ihr habt hier 100%, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, das heißt hier auch optimiertes Laden der Batterie aktivieren und ihr solltet auf jeden Fall das Video schauen, wo ich euch sage, wie ihr die Batterie am besten schonen könnt, beziehungsweise die Einstellung so einstellt, dass die nicht permanent runter geht. Der nächste Punkt, der bei mir schon eingerichtet ist, den ihr aber einrichten solltet, ist Wallet und Apple Pay, dass ihr eure Karten dort wieder hinterlegt, dass ihr unterwegs kontaktlos bezahlen könnt. Das macht in den heutigen Zeiten natürlich auch noch mehr Sinn. Hier könnt ihr euch einfach merken, wenn ihr bezahlen wollt, dann könnt ihr an der Seite einfach einen Doppelklick auf den Power Button machen und schon seid ihr zahlungsready. Wenn ihr alle Apps installiert oder runtergeladen habt, dann könnt ihr diese entsprechend bewegen, weil es ist wichtig, dass ihr euren Home-Bereich einmal vernünftig ausrichtet. Ich persönlich mache das immer so, dass ich auf die entsprechenden Seiten gehe, halte dann gedrückt, beispielsweise wenn ihr jetzt auf der zweiten Seite seid, und könnt jetzt hier einfach mit einem zweiten Finger die Apps dazu packen und diese können wir dann auf einen anderen Bereich oder auf eine andere Seite bewegen. Grundsätzlich macht es hier auf jeden Fall Sinn, das so auszurichten, dass es für euch am entspanntesten ist, hier unten in die Ecke zu kommen. Hier ist der Bereich, wo man die Apps haben sollte, die man permanent benutzt, weil da kommt ihr immer mit einem Finger dran und das ist natürlich wichtig, dass diese sich quasi hier in diesem Bereich befinden, die ihr permanent in der Benutzung habt. Ein weiterer Bereich in den Einstellungen, den ihr auch einrichten solltet, ist der Kontrollcenter, das Kontrollzentrum, Steuerelemente anpassen und fügt hier hinzu, was ihr braucht. Ich persönlich habe da Home natürlich drin, benutze ich extrem auf Apple TV Remote auch, Bildschirmaufnahme, Notizen, Lupe, Taschenlampe und beim Fahren nicht stören. Dunkelmodus könnt ihr das natürlich auch dazu nehmen, um dem zwischendurch zu aktivieren, wenn ihr wollt, um Batterie zu sparen auch beispielsweise, damit ihr dann auf diesen entsprechend Zugriff habt, wenn ihr hier hochswipet. Hier ist im Übrigen auch die Möglichkeit, wenn ihr auf Wi-Fi geht, dass ihr dieses wechseln könnt, indem ihr einfach Long Press hier drauf macht, also länger gedrückt haltet und dann werden euch hier alle WLAN Netzwerke in der Umgebung angezeigt und ihr könnt euch automatisch mit denen verbinden. Einen letzten Abstecher machen wir logischerweise noch in den Datenschutz, weil hier ist Apple auch immer bei Neuinstallationen sehr gut eingestellt. Das sollte auf jeden Fall drin sein, App-Tracking beschränken, Analyse und Verbesserungen ausschalten würde ich empfehlen, bei den Ortungsdiensten reingehen und hier unter ganz unten versteckt Systemdienste das ausschalten, was ihr nicht braucht. Ortsabhängige Apple-Eyes beispielsweise, wichtige Orte auch auf jeden Fall ausstellen, gehe ich jetzt nicht rein, weil sonst seht ihr 5000 Orte von mir in der Nähe beliebt. Routen und Verkehr, hier müsst ihr entscheiden, was ihr anschaltet, was für euch auch entsprechend wichtig ist, weil viele Bereiche hier, Standorteilen etc. sind auch wichtig, wenn man zum Beispiel Kurzbefehle benutzt, also Shortcuts, Siri Shortcuts. Das ist aber ein Bereich, den ihr auf jeden Fall durchschauen solltet, genauso hier, welche Apps dürfen auf euren Ort zugreifen. Viele weitere Tipps und Tricks zu euren iPhone-Videos verlinke ich euch auch mal hier oben, die findet ihr immer hier auf diesem Kanal, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Abonniert gerne einfach den Kanal. Mein persönlicher Eindruck vom iPhone SE 2020 ist eigentlich ein sehr positiver. Ich habe auch schon mitbekommen, wie es vielen damit geht, die sagen, das ist einfach ein altes Gerät, da ist nicht viel gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall so. Man muss nur eine Sache bedenken. A, natürlich der Preis. B, wir sind hier auf YouTube eine Gemeinde, die einen hohen Nerd-Faktor hat. Das heißt, wir wollen immer das Neueste, wir wollen das Beste, wir machen uns extrem viel aus einem vollen Bildschirm, aus Face ID, aus vielen Funktionen und Kameras. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute da draußen, auch Kunden von mir, die sich gar nicht so viel daraus machen, denen es gar nicht so wichtig ist. Die einfach ein iPhone haben wollen, die nicht 1000 Euro ausgeben wollen oder 1300, sondern die sagen, ich will ein iPhone, ich will die Funktionen und auch die Software-Updates, die lange kommen. Und ich will das Gerät lange nutzen und für die ist das Gerät wirklich top. Immer wenn ich irgendwie mit YouTube-Kollegen darüber spreche und sage, und hat sich die Kamera von dem iPhone oder von dem Smartphone zu dem geändert und er sagt, ja, es ist super krass, dann frage ich immer, also normal krass oder nerd krass, damit ich weiß, ob die Änderungen wirklich heftig sind, dass jeder Normalbenutzer das auch sehen würde oder ob wirklich nur wir als YouTube-Gemeinde diese krassen Änderungen sehen. Das soll es aber jetzt mit diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr neu dabei seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Der Joker-Kanal hilft dir, deine Apple-Produkte besser zu nutzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.